Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembau-Steinboss und zwar heute zu der LEGO 76901 das ist der Toyota GR Supra das Set ist laut LEGO Absinthe plus geeignet, ist von der Speed Champions Reihe und hat die offizielle Toyota Lizenz und wie immer bevor ich auf so ein Set eingehe bei solchen Fahrzeugen hier die auch wirklich lizenziert sind, kommen wir doch mal zum Vorbild aus dem realen Leben ach Toyota, diese Rentner Marke aus Japan so denken zumindest die meisten Leute dagegen wollte Toyota in der jüngsten Vergangenheit etwas unternehmen und oh ja, das machen sie auch Fahrzeuge wie der Jahres-GR und eben auch dieser Supra-GR sind aus diesem neuen Selbstverständnis entstanden der Supra ist für Toyota sowieso ein Sportwagen mit Legenden-Status und der Supra-GR ist meiner Meinung nach ein mehr als würdiger Nachfolger es ist ein Sechszylinder-Reihen-Turbomotor mit 340 PS auf ca. 1500 kg im Supra-GR ist ein sportliches 8-Gang-Automatik-Getriebe verbaut und er fährt damit von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden ja das sind vielleicht keine Werte für einen Supra-Sportwagen aber für einen serienmäßigen Sportwagen sind diese wirklich nicht schlecht dementsprechend beliebt ist der GR Supra und nun schauen wir mal ob das LEGO Set diesem Fahrzeug gerecht wird wenn wir uns noch die Box zu Ende anschauen ja, hier oben haben wir nochmal eine Felge abgebildet im 1.2.1-Massstab nochmal das Fahrzeug, so eine schöne Zielflaggen-Optik, das gefällt mir sehr gut auf der Unterseite haben wir nichts Besonderes auf den Seiten ist auch nur der Supra abgebildet auf der Zielflagge und auf der Rückseite haben wir das Set nochmal von hinten so ein bisschen auf so einer Straße als Foto-Hintergrund und das finde ich eigentlich echt cool also ich weiß nicht wie es euch geht, aber mir gefällt die Darstellung sehr sehr gut ich meine natürlich ist da wieder ein bisschen nachgeholfen mit ein paar Effekten, damit alles ein bisschen besser aussieht und so weiter und so fort aber ich muss sagen, so eine Rückseite catcht schon, um das Fahrzeug zu kaufen dann haben wir natürlich nochmal ein Bild von echten Supra-GR farbmäßig haben sie es diesmal auch ganz gut getroffen und ein Bild von der Minifigur und eben so ein bisschen vom Inneren des Supras damit haben wir eigentlich über alles, was die Box hat, geredet also kommen wir mal zur Anleitung und die Anleitung ist LEGO-typisch wirklich hochwertig sie ist einmal Klammer gebunden hat ein gutes Papier leider auch ein Stickerbogen, die ich in dem Fall aber aufgeklebt habe einfach um euch was zu verdeutlichen, aber das zeige ich euch dann gleich insgesamt ist die Anleitung wie von LEGO gewöhnt und hier hinten haben wir nochmal die Teileliste das könnt ihr gerne nochmal anhalten, wenn es euch interessiert und könnt euch die nochmal reinziehen ansonsten liegen wir bei 80 Seiten und 73 Bauschritten was schon wieder eine ganz schön sportliche Ansage ist für die Teileanzahl, die wir jetzt in dem Set haben und ich würde sagen, ich habe euch genug auf die Folter gespannt auf geht's zum Set und wenn wir uns das Set so anschauen muss man sagen, es hat keinerlei Funktion also null also wirklich nichts außer dass es fahren kann aber wenigstens das funktioniert wirklich super also man hat so gut wie keinen Rollwiderstand also der fährt richtig, richtig gut das macht Spaß ich hatte selten ein Set, was so gut gerollt ist da es aber ein Set ohne wirkliche Funktion ist und eine Lizenz hat müssen wir es erstmal als Displaymodell behandeln der Bau hat wirklich Spaß gemacht die Teilequalität und das Baugefühl waren wie man es von einem Marktführer erwartet wirklich sehr sehr gut es gab nur eine Sache, die mich beim Bau massiv gestört hat und meiner Meinung nach dem Set massiv schadet, wenn es im Regal steht und ihr erratet es schon Trommelwirbel es geht mal wieder um die Sticker und da gibt es einen Punkt, den ich merkwürdig finde ich würde ja sagen, alles was mit Toyota zusammenhängt sind Sticker aber dann würde ich lügen denn zum Beispiel das GR-Logo, was wir hier auf der Hinterseite haben ist ein wunderschöner Print und wirklich wunderschön also der sieht richtig gut aus und auch hier haben wir einen Print alles andere sind aber Sticker Lego zeigt euch also wie schön es sein könnte siehe hier siehe hier und zeigt euch dann den riesigen Mittelfinger in Form dieses Stickerbogens und das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe wenn ihr schon Produktionskosten sparen wollt dann macht dem alles aus Stickern aber zeigt uns doch nicht, wie toll es sein könnte und haut dann den Rest Sticker rein die Sticker sonst sind wenigstens klein und relativ leicht aufzukleben außer für mich, denn ihr wisst manchmal schaffe ich dann halt die Sachen nicht so ganz mittig oder gerade siehe zum Beispiel das Logo das ist mal wieder nicht ganz mittig geworden aber für meine Unfähigkeit kann in dem Fall ja Lego nix wo ich mich aber wirklich aufregen kann sind die Scheinwerfer vorne ich gebe euch den Punkt mit dass man diese nicht in dieser Form bauen kann als Print wären die aber richtig cool gewesen Lego zeigt, sie können das printen machen es aber nicht und jetzt haben wir ein Problem denn dieses Scheinwerfer sind ja auf drei verschiedenen Ebenen wir haben also pro Scheinwerfer drei verschiedene Sticker und wirklich egal wie man die Sticker klebt irgendwo ist eine große Lücke dazwischen also irgendwo sieht es immer bekloppt aus wieso ist das so? der Sticker ist halt nicht so breit wie die Fliese heißt, dass man immer mindestens an einem Punkt eine Lücke hat aber man muss Lego zumindest zu guter Hansi zeigen auch der Verpackung, wie kacke das aussieht also sie vertuschen es wenigstens nicht das gibt es zumindest so einen kleinen R-Pluspunkt das restliche Aussehen ist wirklich cool also klar, wir haben viel mit den Stickern gelöst aber vom Bau her ist die Form von so einem Supra-GR einfach sehr gut getroffen besonders von hinten gefällt er mir richtig gut wir haben natürlich so ein Grundproblem bei jedem von diesen Sets sobald Scheiben drin sind, sind die Scheiben jetzt nicht hundertprozentig so wie sie jetzt zum Beispiel bei einem Supra-GR wären aber es sieht wirklich, wirklich gut aus ich finde sie haben ein sehr gutes Verhältnis von der Breite und Länge getroffen und auch die Seiten sehr gut dass der Radkasten hier wirklich so schön geschwungen aussieht wir dann hier hinten in den eckigen Part kommen ohne dass es kacke aussieht ist wirklich eine Leistung und dafür gibt es von mir einen Daumen nach oben für die Lego-Designer weil der Supra-GR ist jetzt nicht das Fahrzeug was da wahrscheinlich am leichtesten zu gestalten war obwenswert ist noch wir haben eine Minifigur dabei die ist vom Gesicht her generisch hat einen GR-Aufdruck, Beine sind leider nicht bedruckt hinten auf dem Rücken ist er aber wieder mit Toyota bedruckt die Minifigur macht einen hochwertigen Eindruck ich meine es ist eine Lego-Minifigur da brauchen wir nicht drüber reden es ist noch so ein Schraubenschlüssel mit dabei und das wertet das Set auch nochmal ein ganzes Stück und ich finde die Minifigur wertet das Set auch nochmal auf also zusammengefasst haben wir ein kleines Set was auch seine Fehler hat aber trotzdem ein feines Display-Set mit einer Lizenz wo man eben sich dann keine Sorgen machen muss dass man irgendwelche gerippten Namen draufstehen hat die einzige wirkliche große Schwäche sind die Sticker in dem Fall schlecht umgesetzt und davon abgesehen werden sie sich im Laufe der Zeit halt ablösen was immer so ein Grundproblem ist das ist wirklich schade weil Lego zeigt uns ja dass sie es besser könnten trotzdem ist es eines der besseren Lizenz-Sets wem das Set also als Toyota Supra-Fan gefällt also es ist 1999 ist die UVP man kommt da natürlich nochmal ein Stück drunter mit den Rabatten die im Markt momentan so laufen ja es ist natürlich kein Schnäppchen es ist eben der Preis wie er bei den Speed Champions von Lego üblich ist also wenn ihr bereit seid das zu bezahlen dann ist das auf jeden Fall ein Set an dem ihr Freude haben werdet dementsprechend gibt es auch hier von mir eine Kaufempfehlung und wie immer gilt wenn ihr dieses Set selber besitzt schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare würde mich sehr interessieren und lasst gerne einen Daumen nach oben und nabo da wenn euch dieses Video gefallen hat und dann wünsche ich euch wie immer noch einen wunderschönen Tag haut rein euer Valleybrick